Guten Tag, liebe Düsseldorferinnen und Düsseldorfer. Es ist wieder so weit. Die Apollinaris-Woche steht an. Wir erinnern uns in diesen Tagen an unseren Stadtpatron, den heiligen Apollinaris. Diesmal etwas anders, ohne Kirmes, aber trotzdem wollen wir uns an ihn erinnern. Wir wissen gar nicht so viel von ihm. Er war ein Bischof in Ravenna und die Reliquien sind im 14. Jahrhundert über Rehmagen nach Düsseldorf gekommen. Und seitdem wird der heilige Apollinaris als Stadtpatron verehrt. Stadtpatron, was hat das eigentlich für eine Bedeutung? Patron heißt Vater, Beschützer. Und ich glaube, es tut gut, dass wir unser Leben Beschützern anvertrauen. Das können die Eltern sein, gute Freunde, die Paten. Das sollte aber auch Gott sein. Der heilige Apollinaris hat sein Leben Gott anvertraut. Und ist dabei gut gefahren. Das wünsche ich uns allen auch, dass auch wir gut fahren mit dem Segen und dem Schutz Gottes. In dieser Woche wird es keine Prozessionen geben, aber Mittwochabend wird ein Gottesdienst gestreamt aus der St. Lambertus Kirche. Dort sind die Reliquien des heiligen Apollinaris. Und der Oberbürgermeister wird an den Reliquien des heiligen Apollinaris eine Kerze für die Stadt entzünden. Und am nächsten Wochenende wird es in allen unseren Kirchen in Düsseldorf Apollinaris Kerzen geben. Und am Donnerstag wird noch eine heilige Messe zur Ehren des heiligen Apollinaris gefeiert. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie einfach unter katholisch-düsseldorf.de Und ich wünsche Ihnen eine gute Woche und ich wünsche Ihnen, dass Sie immer Beschützer haben, Beschützerinnen für Ihr Leben. In diesem Sinne alles Gute für diese Woche und Gottes Segen, Ihr Frank Haltkamp, Stadttechant in Düsseldorf. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!